BuildingCraft.minecraft.to und damit hallo und herzlich willkommen ich bin Günther L.B. und das hier ist ein kleines ja ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll ich nenne es einfach mal Server Special ihr hundert euch vielleicht auch vor einiger Zeit habe ich mal ein Let's Server gemacht und genau dieser Server ist das jetzt und hier hat jemand ein kleines Jumpman gebaut und das sollte ich mal machen und dann dachte ich mir komm kann ich mal machen wieso nicht aber ich hatte Lust zu und ja so entstanden dieses Video hier und so bin ich gestorben so ich komme jetzt zu meinem normalen Haus und dann muss ich mich immer gerade dahin worpen weil ich hier mein Home gesettet habe aber naja die Features Hallo Zombie Stop Zombie Ich bin mir nicht sicher ob das da du kehrt ist weg ok bin ich ja beruhigt oh nein ne schon wieder ich muss sie alles nochmal von vorne machen mensch so ein Mist aber auch wieso ist das schon wieder ein Zombie gespawnt jetzt ist wieder weg wie stimmt daran weil der Server voll scheiße ist ne ihr könnt auch gerne mal auf dem Server drauf join am Anfang vor dem Intro war ja eine kleine Ansage wie das da heißt das ist ebenfalls ist die IP auch noch in der ja Beschreibung und so weiter und so fort da findet ja alles mögliche und alle mögliche Informationen die ihr benötigt um wieder auf zu spielen ah da da weil ich hätte auch gleich von da aus noch da stehen können anstatt ja mal so rum egal man tut ja gerne umgütige Sachen RENN NEEEEEEEIN 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 ich bin übrigens auch mal auf das auf dem Server ich spiele zwar nicht so extrem drauf aber das liegt doch gerade dran wieso kommen wir immer Zombie sind das ist Minecraft online äh nicht sehr aktiv spiele aus irgendwelchen Gründen ich komme hier nur mal ab und zu vorbei und sage hey und geht und kloppt dann vermonstern in der Arena oder was das ist oder ja bauen wir ein Haus ein bisschen weiter kur kur fick dich Zombie ach die sind da rüber und die geht schon da durch oder wie sieht das aus da hat es gerade so hoch teleportiert und ich kann den da auch nicht schlagen geh mal weg mein Block ah mit dem hat es irgendwie glaube ich nach oben teleportiert ja ja Minecraft ist wie gesagt auch noch nicht so das Spiel was online ja perfekt ist wir leben das ja auch oh Leute mit den ganzen Tieren hier also Tierfarm hier in Minecraft ist echt schlimm die zu bauen so gut ja gut 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 ja gut 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 ein bisschen weiter kommen hättet ihr wahrscheinlich auch nie erwartet dass es mein ziel ist alles noch mal von vorne die zombies einmal durchstecken also von oben deswegen verbrennen ja auch nicht so alle war stehen und sagt uns hier das server der server hat zu mir gesprochen irgendwie ist das gerade hier nicht sehr erfolgreich und sieht die ganze nur wie ich sterbe im chat und hat irgendwie kein schwein online ist ich verstehe gar nicht warum wahrscheinlich weil draußen so warm ist und so weiter ich hab doch gleich vor uns freibeizugehen aber das findet ihr in den nächsten paar wochen ein paar monaten von mir auf das sollen dass ich dann sage hey jetzt gehe ich ins freibad oder hey ich war gestern im freibad oder hey ich war vorhin im freibad hey ich gehe gleich ins freibad sowas wird die ganzen nächsten paar wochen hören freut ihr euch schon richtig drauf nehmen der schwach nicht wahr kommen bei doch kommt schon ich mal drei sprünge geschafft übrigens der bauer der fda ist nämlich auch online das ist der toaster x oder als die toaster also toaster wie das was die toast macht mit der macht als es eben einmal so durch zu springen das ist schon viel einfacher irgendwie ja ich sehe jetzt ein bisschen schaden aber allgemein ist das sehr sehr viel sehr 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 komfortabler ich hatte vor der aufnahme auch gerade so zwei leute die mir wieder geschrieben haben hey dein channel ist cool und jetzt abonniere ich dich das ist wirklich mal immer sehr schön durch die kommentare kriegt man gerne da fühlt man sich immer sehr sehr mutiliert go 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 wieso spring ich wenn ich feuer gefangen habe und wieso habe ich die hintergrundmusik so leise und wieso schalte ich jetzt den deponia soundtrack an falls ich das denn wirklich gemacht habe ja habe ich meine gesangreiche künste sind unter aller sauch unter aller sauch weg wie noch nie zuvor ich wollte jetzt aber auch nur 15 aufnehmen weil ich wie gesagt noch ein zweibat fällig was macht der kaktus da hallo kaktus boah es sieht wirklich ein bisschen danach aus als ob das hier schaffbar wäre trotzdem scheiß schaden den man immer kriegt in der luft und darf einfach nicht zu spät abspringen nach die holzer platten soll ich übrigens nicht treten weil darunter tnt ist was ist jetzt hier sind irgendwie runter hat jeder konnte ich das bloß übersehen ich kann ja gar nicht öffnen oder hat jemand nicht nachgedacht du musst gefühlen und nein 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 die beiden zwischenbericht so lava geschafft Nein, laber nicht. Fuck! Entschuldig, der muss so sein. Wie gewonnen, so zerronnen. Ach, ich bin so ein Kanknoob. Mensch. Das hier gilt irgendwie nicht zu der Reihe von Let's Play Minecraft Adventure. Das ist einfach mal so ein... Toll. Pizzaspeziale, hm? Mein Pizzaspeziale, hey. Verzippt. Was aber ich als Halbgott kann mich noch gar nicht verzippen. Mann, Minecraft, wieso sprintsest du nicht? Das ist ein bisschen scheiße von dir. Finde ich voll unsozial von dir. Echt? Nee, ist einfach scheiße hier. Ey, dann wisst ihr eigentlich, wo ich gleich hingehe? In Zweibat. Ich wollt's nur mal sagen. Ich wollt's nur mal sagen. Verwirrung macht sich bereits in Goldcraft. Günther geht ins Freibat. Gleich ins Freibat. Ich mach am besten auch mal eine Freibat auf, dann wo ich die ganze Zeit nur Freibat sage. Freibat, Freibat, Freibat. Und weil ich's auch noch gar nicht erwähnt habe und ihr's bestimmt auch noch gar nicht wisst, ich geh bestimmt auch gleich ins Freibat, ne? Aber das heißt, ihr könnt aber schlecht abschätzen, an welchem Tag das ist, weil bei mir dauert es immer relativ lange, bis ein Video schlussendlich hochgeladen ist. Also ich mein jetzt nicht, dass es so lange dauert, das hochzuladen. Das ist ja auch gar nicht meine Sache. Das wissen ja nicht alle. Ich hab ja in der letzten Zeit viele Abonnenten dazu gekriegt, deswegen kann ich diesen kleinen Umstand auch nochmal grad aufklären. Es ist auf jeden Fall so, dass ich die Videos produziere, also aufnehme, rendern und ja, ordnen und Uploadplan plane und all so ein Quatsch. Und dann hab ich eben halt auch nen Kumpel, den gebe ich dann einmal den USB-Stick. So, und der lädt sie dann für mich hoch. Und deswegen kann das durchaus teilweise lange dauern, bis so ein Video schlussendlich online ist. Und es ist auch teilweise so, manchmal habe ich richtig Lust, Videos zu produzieren, manchmal natürlich auch nicht. Das ist, denke ich mal, klar, weil man nicht immer so, ja, motiviert ist zu etwas. Manchmal wollen wir auch einfach nur gammeln. Und ja, ich hab zum Beispiel auch letztens, letztes Fall von Minecraft aufgenommen und ich bin da jetzt mittlerweile bei... Weil... Weil... Ja, wie soll ich sagen? Bei Part 24... Und... Äh... Ja, das ist total extrem. Ich hab Content... Also zumindest von der Playlist Let's Play Minecraft... Habe ich... Videos bis in zwei Wochen und noch länger. Set for Cheezers. Kann man hier mal springen? Unser T... Äh... Unser T... 3 IP Gold Crafts 3. 3. Minecraft. . Doppelpunkt 3. 0. 0. Da... Lass ich mich auch auf das Mal blicken. Seitdem ich herausgefunden, dass sie einen TS... Server gemietet haben. Und ja. So. Ein Burning, yeah. Ich bin so heiß, dass ich brenne. Und wieso ist die Musik zu leise? Wahrscheinlich waren meine Kopfhörer ganz leise gedrehten. Aber ihr hört das wahrscheinlich normal. Da-da-da-da-da. Und deswegen singe ich auch total im falschen Zakt und so weiter und so fort. Aber naja. Das sind eure Probleme. Das sind das schließlich nicht meine. So. Okay. Expect lag for a short while. Nooo! Oh, und jetzt kommt ein... Lol. Haaaah. Komm, ich will das noch einmal schaffen. Das schaffen will. So. Aber gleich wollte ich hier einen Kumpel von mir aufkreuzen und bis hier wo wir hingehen. Genau. Ins Freibad! Eigentlich, ähm... Da habe ich mich abgeklärt mit Angela Merkel. Die möchte mich ein bisschen die... Die Freibad-Gänger ein bisschen anregen, ob das ins Freibad zu gehen. Und deswegen sagt das hier, weil ich natürlich auch mit meinen Videos ganz Deutschland erreiche. Natürlich. Dann habe ich da so Verträge mit Angela Merkel und Guido Westerwelle. Also, mit Guido Westerwelle habe ich einen Vertrag, dass ich ihn nicht mehr beleidige in meinen Videos. Hm. True Story. Und, äh... Falls ihr es nicht wisst, ne? Guido Westerwelle, der kommt auch gleich und dann haben wir zwei was. Wobei ich ehrlich nicht möchte... Ne. Ne. Nicht mit Guido. Ne, nicht mit Guido. Merkel auch nicht. Ne. 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 der rechner auf jeden Fall lange glaube ich weiß und sowieso Mann wenn ich vorher gefangen habe renne ich einfach noch weiter und sterbe das macht kein Ding doch ich finde es schade dass ich jetzt nicht die ganzen Web zeigen kann wenn ich wirklich ein bisschen schade weil ich hätte das gern gemacht das wäre bestimmt auch sehr spaßig gewesen übrigens wenn ich jetzt an meinem Haus wenn ich an meinem Haus in einem Haus von einem anderen von dem Black Helios ja bei diesem letzter war ja auch mit dabei war egal Worte für den Zerber du bekommst 1000 Pfennig du senkst deine Faust egal worauf ich hinaus wollte ist eben worauf wollte ich denn hinaus kurz zeitgedeckt ist Why You No Working ich glaube ich wollte da auch hinaus das ist genau 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 jetzt fällt es mir dahin ich konnte euch leider nicht die ganze Map zeigen schlicht das ganze was da gebaut wurde vielleicht hole ich das nochmal irgendwann nach aber auch nur vielleicht vielleicht Ah das sieht ja hässlich aus im Doku naja ähm wir werden dann sehen ob da noch irgendwas wirkliches kommt also ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wenn es heißt let's play minecraft oder let's special minecraft und wieso kann ich meine Kisten nicht öffnen keine Ahnung ok ne ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen haut rein zum nächsten Mal Vielen Dank.